So, jetzt bin ich wieder da und ich bin jetzt aus dem TS rausgegangen, weil das nervt einfach nur irre. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit Kane. Und gehen mal auf Replayer. Was bedeutet, dass wir den Charakter behalten, aber natürlich ist alles anders. Das war gar nicht so verkehrt. So, jetzt, zack. Warum hat die uns jetzt getroffen? Die waren Meter weg. Wie leckt das Spiel manchmal ein bisschen, ne? Boah, und heute ist es auch noch so affig warm. Halo of Flies, okay, das ist geil. Das sind halt zwei Fliegen, die uns jetzt permanent beschützen. Das ist schon ziemlich cool. Mal gucken, wie das Ganze so weitergeht. Mit zwei Zombies geht das Ganze weiter. Und einer Bombe. 1-1-1 haben wir oben jetzt. Und ging Widow. Widow, komm her, Widow. Komm her. Komm her. Sag mal, gegen den Husten würde ich mal was nehmen, ey. Oh, da ist ja doch noch eine Spinne drin. Ah, und einmal die Box. Zack. Left Hand. Und... Eine Pille. Tears Up. Und ich glaube, ich weiß, wo hier der Secret Room ist. Ich glaube, der müsste sich hier befinden. Jupp. Der ist ja meistens zwischen zwei, drei, äh, zwischen drei Räumen. Also halt irgendwo zwischen. Von daher war es relativ klar, dass er jetzt hier ist. Und dann geht's erstmal up in the next challenge. Hop. In the Basement 2. Und ich hab mal wieder die Zwischensequenz weggedrückt. Okay, ich trau roten Kisten nicht. Mal gucken. Pilz. Bad Gas. Toll. Und Balls of Steel. Na ja, gut. Das hat sich immerhin gelohnt. Ach, die weinenden Viecher, die wegrennen. Toll. Komm doch mal her. Alleine, wie das Vieh uns getroffen hat. Und mal wieder Holy Water. Na ja. Na ja. Na ja. Ein Herz. Ein Schlüssel. Das ist alles nicht so verkehrt. Hm. Noch eine rote Kiste. Zwei Soul. Okay, langsam wird das krass mit den Soul Hearts. Hi. Jawoll. Ein Level Up. Das heißt, wir haben jetzt ein zweites Leben. Das ist schon verdammt geil. Also jetzt haben wir mal ein bisschen Luck hier mit den Items. So kann das doch immer gehen. Gut, Holy Water mag ich persönlich jetzt nicht so gerne. ne? Aber. Nein, wir gehen erstmal nach oben. Aber ich bin trotzdem recht zufrieden gerade. Jetzt nicht mehr. Nimm die Viecher hier weg, ey. Das ist das Problem. Ich komm nicht so wirklich an den Run. Boah, das war knapp, dass Cain so schnell ist. Fail. Also von ihm Fail. Vorsicht! Okay, ne Tarotkarte. Wheel of Fortune. Böp. Böp. Boom. Einen Schlüssel und zwei Coins. Ja, man kann's auch anders benutzen, aber... Ich wollte es so benutzen. Hallo, oh, Fail. Was macht eins diese Tarotkarte hier? Oh, das macht diese Tarotkarte hier. Ah, dammit. Fail. Oh, der wird sterben. Der wird so sterben. Oh, oh, oh. Danke. Holy Water. Äh, für drei Soul Hearts. Drei Soul Hearts. Hm. Ah, wieso nicht? Special Tears. Oh, eine Truhe, in der Isaac gefangen ist und keine Luft mehr bekommt. Vorsicht! Vorsicht! Also bei Famine eben war das Holy Water halt echt praktisch, weil es ihn verletzte, weil er sich eben nicht bewegen kann in dem Moment oder bewegt hat. Und wir haben jetzt zwei Fliegen und das Stück Fleisch, was um uns rum schwirrt und uns beschützt. Aber wir brauchen mal irgendwas, was Damage macht. Ein Laser wäre geil. Okay, das sind die kleinen Viecher, die überhaupt nichts tun. Außer blöd in der Gegend rumkriechen. Trotzdem wäre so ein Laser irgendwie mal verdammt, Smagsy. Also auf so einen Laser hätte ich echt Bock jetzt. Calling a laser. Oh Gott. Wenn wir Glück haben, finden wir ja in diesem Item Room vielleicht irgendwas... Irgendwas Sinnvolles. Gucken wir mal. Es ist... Ein Herz. Naja, sinnvoll ist es. Okay, wie lange soll ich das machen? Danke. Ach, das ist XL. Das heißt, hier gibt es noch ein Item Room. Äh... Room. Das war äußerst intelligent. Soviel zum Let's Fail. Und für eine rote Kiste mache ich das nicht. Wobei... Ach, fuck off. Komm her. Alter, konzentrier dich erstmal. Boah, Slalom, Baby. Slalom. Jetzt ab. Jetzt können wir in der anderen Ruhe diese andere Pille... Health up! Jawoll! Das hat sich ja mal richtig gelohnt, hier reinzugehen. Oh, scheiße. Ich hasse Zombies. Ja, was wollt ihr kleinen Säcke gegen mich machen, hä? Ja, um mich fliegen... Drei... Ne, zwei fliegen und ein Stück Fleisch herum, hä? Wer kann da durchballern, hä? Ihr kleinen Missgeburten. Wer von euch kann da durchschießen? Niemand von euch kann da durchschießen. Meine Death ist einfach zu awesome. Aua! Fick dich! Nicht beim letzten Satz, Mann. Arschloch. Scheiße. Kein Siegel. Mit neun Coins können wir eigentlich mal den Shop betreten, finde ich. Gibt's hier was Schönes? Oh, die Leiter. Mit der Leiter können wir ganz tolle Sachen machen. Ich weiß nicht, ob wir die Leiter schon mal hatten, aber mit der Leiter kann ich unter anderem das hier tun. Blub.